du bleibst hier drin habe ich gesagt in deiner kammer wie immer er will immer flüchten dann verteile ich schon den dünger auf den feldern ich glaube ja so komm gleich noch mal wieder dann kriegst du da kriegst du frischen pupi jetzt erstmal klaren kopfbörm ich brauche jetzt erstmal wir haben vier biete und ich möchte vier verschiedene gemüse schrägstrich irgendwas sorten anbauen brauchen wir unbedingt pflanze pflanzen x oder spezies x pflanze den gelingen ich kann das anpflanze ich kann das anpflanze wenn du willst so karotten zitronen katorisch gießt ja stimmt blitzgranaten das war's ich erinnere mich vorsichtig was sind deine wird eng hier drin deswegen wir bauen was wir bauen wir bauen was hier über uns mit der treppe nach oben wie eine garage dafür brauchen wir 600 kleber für die plattform 600 kleber ist meine aufgabe alles klar ich kümmere mich drum so was kann ich so was kann ich so fleisch weg ich stelle mich mal kurz hierhin dass ich gleich die kristalle übertragen kann das kriegen wir hin wir haben noch jede menge schittin und so so ich werde mal deine fackel austauschen mein freund reparieren so kristall schon mal ablegen steine schon mal ablegen größtenteils ich habe immer 100 von von jeglicher ressource gerne in der tasche außer von leder da kann es ein bisschen unter 100 sein man braucht ja geht noch geht noch die kümmern sich schon drum meine kleinen kirchens so kann ich dich schon wieder reiten ja ein stückchen konnte ich dich gerade weit aber jetzt wirst du wieder überladen ja irgendwie hast du geschafft das ist zu viel kann ich jetzt laufen noch ja ich kann noch laufen oh man bin ich stark bin so stark wir brauchen jede menge davon das brauchen wir für für den kleber holz ich auch ich liebe es ich liebe es hexagone zu kriegen ich spare auf die größte lootbox spare ich nachdem ich mir hier eine cryo kapsel geholt habe kriegt man mengenrabatt ich nehme noch zwei stück ich bin komplett durch ich habe jetzt viel gekriegt warum habe ich denn viel gekriegt ich habe nur ich habe nur einen bekommen da stand doch gerade was von vier oben links die hat mich betrogen hier steht schon wieder hinzugefügt zwei leere cryo kapseln obwohl ich eine bestellt habe nur wie viel habe ich jetzt so jetzt habe ich drei vt also ich habe auch noch eine hier in der schnellwahl slotte line sehr gut ich weiß was ich jetzt erstmal machen wir können ich kann eine pump herstellen okay was ist mit kann man mit zündpulver auch eisen schmelzen ist das effektiv ich probiere das gleich mal raus ich guck mal was wir noch herstellen können dafür brauchen wir aber ja das geht ist das cool ach so eine pump kann auch polymär kann nur hergestellt werden ja und dann brauchen wir noch ganz ganz viel zündpulver schießpulver und wir müssen fleisch klein machen so wenig dass mir wieder das spiel abstürzt weil ich hier 99 fleisch aufteile die musik ist kurz ausgegangen richtig angst bekommen auf jeden fall so weit so gut ich brauche noch mehr trage kapazitäten noch mehr trage kapazitäten die nehme ich jetzt raus ich nehme den nagrobären sagen kann man ihn wieder rausnehmen oder muss ich einfach nur neuen samen hinzufügen rausnehmen einfach rausnehmen kommt gleich hier ist gar kein samen hier ist kein samen dann ist er weg aber ich weiß was man auf level 64 erstellen konnte einlagern dünger warte mal leo aufheben ne ich möchte eigentlich nur gesäte pflanze zerstören dankeschön genau das wollte ich und hier kommt jetzt hin äh karottensamen schön wieviel wieviel dünger passt eigentlich rein bis zu 30 säcke schön einfach nur schön dieses spiel äh gepflanzte säte zerstören ja alles weg damit alles weg damit und hier kommt hin mais bitte schwester asgard dr leo so habe ich mich ja vor kurzem für kurze zeit bei twitter genannt gehabt weil ich so viel über corona getweetet habe aber corona ist durch die soll nicht mal was neues einfallen lassen schweinegrippe Teil 2 oder irgend sowas ich hab dem ding noch äh vier wochen ja ich auch dann ist alles vorbei ja ich auch die haben Italien nur zum spaß abgesperrt uns wird es auch so gehen und der kachelmann der kachelmann hat folgendes getweetet und zwar ähm uns wird es ähnlich gehen wie äh wie italien und wenn das deutschland und die schweizern bemerken und wir dann zusätzlich noch bemerken dass das nicht nur die alten säcke sterben ne dann werden unsere politiker auch mal aufwachen aus ihrem tag träumen oder so also ich hab das jetzt paraphrasiert aber das war schon beängstigend als er das so gesagt hatte aber naja es funktioniert halt derzeit auf twitter das ist das traurige allen und darum springen auch alle medien darauf auf ist ein gefundenes fressen und jeder nutzt das zu seinem vorteil aus aber wer weiß wir wollen ja nicht zu politisch hier werden so wo war ich jetzt stehen geblieben meine spitzhacke reparieren hast du noch was schönes für uns nein hast du nicht auch steine für zirnpulverproduktion sehr viele steine 1600 ich nehme alle raus hier wobei ich nehme mal die hälfte raus das reicht ja erstmal das metal kommt hier rüber Stroh schon abgele k啊 dugh dduh 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 abgelegt 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 spitzhacker reparieren bitte ein Mal dimentschön Oh yeah. Willkommen im Arc Flow. Eine Sichel... Sichel-Anämie habe ich noch. Ne, habe ich nicht mehr. Wahrscheinlich bei der letzten Reparatur. Einfach liegen gelassen. Und dann wollte ich herstellen. Läderrüstung. Wobei, kann ich schon eine bessere Rüstung herstellen? Wie zum Beispiel... Rüstung? Gibt's das? Wie heißt denn das eigentlich? Rüstung? Aber heißt das Rüstung? Ja. Das ist direkt unter Rüstung. Nee. Das heißt Lederhandschuh, Lederstiefel, Lederhut. Das heißt nicht Rüstung. Du wolltest mir Gleiter schenken. Ja, kriegst du einen altmodischen Rucksack. Also so mit unten mit Rolle. Überrasch mich. Überrasch mich. Geh die Hose, yeah. Auf verdammt mich für ein paar Punkte. Aber dafür brauchen wir ein organisches Polymer. Ja. Okay, dann mach ich. Oh, Daniel, das ist immer wertvoll. Dankeschön. Yeah, ich hab wieder Gleiter. Ist das nicht schön? So, da kommt erstmal die Zivizium, die hab ich gekauft. Von Helena. Das war's mir aber wert. Wie kann ich jetzt hier die... So, ähm... Wie kann ich jetzt hier... ...den Quiver entfernen wieder? Ich mein, nicht, dass ich's bräuchte, aber... Ähm, ich nehm mir mal ein paar Simulanten wegen, äh... Für so und für die Haare. Ja, aber selbst verfreulich. Wer donnert denn hier die ganze Zeit so rum? Ist der von uns? Nein. Leider nein. Nein! Der ist... ...zu hoch vom Level. Dreh ich ihn um! Danke, dass du meine gewesen bist. Schon wieder? Hab ich schon wieder deinen Dino? Das tut mir leid. Es ist okay. Du hast mich... Du hast mich zusammengeschlagen. Aber dann waren die auch nichts wert. Was hast du heute genug gemacht? Ab ins Bett! Ah, warte... Entschuldigung! Dankeschön, alles cool. Alles cool. Ich lebe noch. Mann, das waren die Raptoren von... Dann waren die auch nichts wert. Mach da wenigstens Fleisch draus. Das ist zum Essen. Das ist gutes Fleisch. Hey, auch mein Paar an ich. Dann bist du jetzt... Ja gut, dann bring ihn um. Wolltest du das jetzt hören? Wolltest du das jetzt hören? Nein, aber die ganzen... ...Raptoren, weil der Zervo ist... ...zurenger. Mais. Okay, jetzt muss ich hier noch... ...die gepflanzte Saat zerstören und äh... Ich will verhungern. Gar nicht wahr. Spezies X-Samen hier implementieren. Okay, alles klar. Soweit, so gut. Jetzt noch den restlichen Dünger irgendwie verteilen. Warum schleppen brauche ich den auch nicht. Kleiner Kothaufen Einlager brauche ich nicht. Habe ich hier schon irgendwo Koth hingelegt? Nein, alles cool. Mensch, Paarer, jetzt weg hier. Das ist eine sehr kleine Base. Aber wir wollten das wirklich so haben. Genau so. Ich will jetzt mir Lederklamotten herstellen. Endlich. Weil ich es verdient habe. Und ich sollte mal hin und wieder einen Schlafsack mit mir rumschleppen. Nee, wir bauen nur noch Betten unterwegs, oder? So, kann ich jetzt noch mal zusammenreißen, die Partys vorbei. Aber wirklich, ey. Aber das hat nur gestresst, wie der dicke Paarer hier durch unser Lager gelaufen. Das hat wirklich nur gestresst. Das macht mich wahnsinnig sowas. Ja, das hat mir auch wahnsinnig gemacht. So. Ich bleibe aber... Deswegen hatte ich ja eigentlich den Zähnen wollen. Nee. Der läuft ja auch die ganze Zeit hier rum. Wir haben für sowas keine Zeit mehr. Einfach mal keine Zeit. Oh nein. So, ich habe jetzt mal den Insektenschwurm weggemacht. Das war ja ätzend. Boah. War das laut. So. Guten Tag. Weg damit. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Ich habe Flügel. Yay. Und ich habe Schuhe. Und eine Mütze. Der richtige Rucksack? Ja, ja. Alles cool. Blutabzapfen. Ja, ja. Ja, ja. Alles cool. Blutabzapfen. Ach ja, wir waren sehr fleißig beim Blutabzapfen. In der Zwischenzeit. Weg, weg, weg. Cool. Dann wäre das auch geschafft. Ich packe jetzt die Steine rüber. Für die Zündpulverproduktion. So, äh. Da haben wir noch was. Hallo. Komm her. Kann ich den noch klein machen? Steine habe ich gesagt. Na, genau. Okay. So. Und dann, ähm. Was ist mit dem Schettin? Das kommt alles in den Mordor. Okay? Wir brauchen aber Kleber, wir brauchen Kleber, Steine, Pluschettin. Gell, okay. Verstehst du? Habe ich Ekelfleisch produziert? Ja, habe ich. Will noch mehr Ekelfleisch haben. So, aufteilen. Das ist gut. Das ist so gerade das absolute Limit. Das ist das gerade das absolute Limit für die schlechte Fleischproduktion oder verdorbenes Fleischproduktion. 100 bei mir. 100. Okay. Absolut. So. Achso, ich habe Hunger. Deswegen. Wie viel Kleber haben wir denn jetzt so schön? Wie viel brauchen wir nochmal? 500? 600. 600. Das sollte kein Problem sein. Das sollte alles kein Problem sein. Bergbank. Ich schaue mal kurz nach. Wenn die ganzen Tiere ja nicht rumschieben, die ganze Zeit. Das ist schon manchmal echt komisch. Wir haben Kleber 189. 189. Wie viel Schettin hast du? Ansonsten gehe ich jetzt auf Schettinjagd. 114 haben wir hier. Die hat sich da reingelegt. Nee, die kommen immer in den Mauter. Die brauchen wir da eigentlich echt selten. Und in dem Fall. Da hin reingelegt. Am Anfang. Ja, ja. Das hat er nichts. Bevor wir angefangen haben. Asgard, das hat er nichts zu suchen. Ja, Leo. Ist okay. Ist okay, Leo. Leo, ich habe gesagt, nein. Es reicht. Es reicht. Ich muss gucken. Narkotermittel braucht er. Sonst kann ich keine Pfeile her. Geplüschies, bitte. Ich war am produzieren. So. Dankeschön. Bitteschön. Noch mehr Medikamente. Da ist Chitin. Da ist Chitin. Schöner. Immer rein damit. Und wir stellen Kleber her. Wir müssen abpassen, was wir brauchen. Schießpulver. Achso, Schießpulver brauchen wir. Ich glaube, wir bauen noch mehr Steine. Ich glaube, Steine sind gerade das Problem. Ich bringe neue Steine. Steine und Chitin. Noch mehr Steine und Chitin brauchen wir. Die Helena kann nicht. Die lernt gerade Mathe. Helena hat Nein gesagt. Die Helena möchte mit ihr nicht mehr spielen. Bitte geh. So, jetzt ist gut. Bitte gehen einfach. Bitte einfach gehen. So. Noch ein bisschen Blut abzapfen. Steine. Kleber. Okay, ja. Und jetzt Keratin und neue Steine bringen. 54 Pfeile. Pflüschie Pfeile. Ja. Ist ja nice. Lohnt sich ja total. Ist okay. Ich bin moderat beladen. Die Angel wiegt 10. Aua, aua, aua. Wollte ich nur mal erwähnen. Die Angel wiegt 10. Die sollte man vielleicht ablegen. Die habe ich auch abgelehnt gehabt, deswegen. Ich habe die Angel vor langer, langer Zeit abgelegt. Angel hat meine Familie zerstört. Wegen Angel hat sich meine Frau von mir getrennt. Ich habe das Angel zu ernst genommen. Das ist ein Satz, der hat bestimmt irgendein Mensch auf dieser Welt schon mal gesagt. Irgendwer hat das schon mal gesagt. Irgendwer. So, und dann bin ich jetzt auch quasi schon wieder weg. Achso, die Angel weglegen. Genau, stimmt. Ha, so. Schittin. Die Hälfte der Pfeile ist deins. Hm, danke schön. Also die 27, die da drin sind. Äh, okay. Die Knarre nehme ich natürlich mit. So, eine, zwei, äh, Pfeile und den. Fand das jetzt bitte hier. Womit die, wo hat er denn die, wo hat er denn die Angel, hast du mir die gerade weggenommen, die Angel, die, äh, die Quatsch, die, die, die eine Knarre, hast du die weggenommen? Ja, warst du nicht. Nein, ich habe meine weggenommen, also eine habe ich weggenommen. Ja, ja, gerade in dem Moment, wo ich, wo ich mir die nehmen wollte. Und ich so plopp, hä, wo ist denn, wo ist denn das Gewehr hin? Okay. Oh, total alber. Ich habe einfach nur eine weggenommen. Total alber wieder. Äh. Ja, los, dann müssen wir auch jetzt los. Ich habe noch Bolas, ich habe noch die anderen Betäubungspfeile und Zerstörungspfeile habe ich auch noch zwölf. Zinspulver brauchen wir noch. Haben wir noch genügend Zinspulver? Ich bin gerade dabei. Ich produziere, ich nehme immer die Kohle und packe die rüber. Vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir nicht, vielleicht sollten wir wirklich nicht auf Zinspulver in der Schmiede umsteigen, weil da kommt echt viel Kohle raus. Ich nehme mir auch lieber ein bisschen Holz da rein. Nicht 800, aber 400 sind in Ordnung. Das dann noch, das dann noch weiter schön die Kohleproduktion läuft. Kohle, Kohle, Kohle. Ich komme das Zinspulver da raus. Und hier, ja, komm. Bis runter auf 50. Holz kann ich mir unterwegs holen. Und dann fange ich das Zinspulver erstmal wieder. Was willst du denn? Das war auch reden, ne? Ich will auch reden. Ich will auch was sagen. Die Flinte machen und mit der Armbrust normale Pfeile dann? Ja, genau. Und die eigentlich dann normale Gewehrmunition auch noch haben. Naja, wir dürfen nicht so viel. Wir müssen mal aufpassen. Das wirkt wieder ohne Ende der herzlichen Kram. Ja, stimmt. Aber ich kann schon echt ne Menge tragen. Aber ich nehm nicht Terrorvogel mit, weil Terror kann nichts schleppen. Nichts. Nichts. Und wieder nichts. Also, äh, müssen wir sozusagen, äh, eine Flinte, eine Pumpgun? Weil ich die Pumpgun, äh... Aber was bleibt mir übrig? Carsten Stahl, Level 48. Wo ist denn eigentlich der andere? Ich hatte da noch... Achso, Little Blues da drüben. Okay. Ich leh mal die Pumpgun. Die Pump... Der kann ja noch weniger tragen. Das ist kein Tragetier offensichtlich. Also, die kann nur im Fabrikator hergestellt werden. Was ist mit der Sau hier? Die kann 400 tragen. Soll ich noch eine zweite Flinte? Ich würd gern die Sau mitnehmen. Okay. Und soll ich noch eine zweite Flinte herstellen für jeden? Nein. Wir wechseln da Munition. Ganz normal. Ich nehm die Sau mit als, als Buff, okay? Okay. Pamba! Pamba! Und den Vogel zum Angreifen. Lass mich raus!